Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite in the Shop News vom 06.12.2019 So Leute wir schauen in den heutigen itemshop rein und da sehen wir ein Pärchen ist da ein neues Pärchen die Polara ist im Shop wir fangen auf der rechten Seite an mit Jazz Hände finde ich eigentlich ganz cool das Teil für 200 Biwax ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr im Shop gewesen wir gucken jetzt mal hier wir haben 3,58 von 5 bei 12 Votes am 7. April 2019 das dritte mal 5 Reminders das letzte mal im Shop vor 205 Tagen am 15. Mai so weiter geht's mit dem Scorpion der ehemalige Wüstendominierer für mich ja mega geiler Skin leider gibt es jetzt nicht mehr die großen Wüstengegenden auf der Map vielleicht kommt das ja irgendwann wieder hier müssen wir mal schauen für 800 Biwax auf jeden Fall ein cooler Skin und da haben wir hier 4,07 von 5 bei 75 Votes am 28. August 2018 das erste Mal drin gewesen das 22. Mal jetzt 99 Reminders das letzte Mal im Shop vor 20 Tagen so dann haben wir als nächstes hier diese animierte Lackierung den Fraktal Punkt ja würde mich irgendwann ein klein wenig mit Schuppe machen für 500 Biwax das Teil ist zwar ziemlich geil aber schon ein bisschen komisch also 4,64 von 5 bei 22 Votes am 7. August 2019 das erste Mal drin gewesen fünfte mal 18 Reminders das letzte Mal im Shop auch vor 20 Tagen so dann geht es weiter mit der nächsten animierten Lackierung das ist der Holoscan haben wir ein Gameplay jetzt oben rechts in der Ecke verlinkt für 300 Biwax finde ich richtig richtig nice klicken wir mal ganz kurz durch und ja bei Scanline haben wir jetzt momentan folgendes Voting 4,72 von 5 bei 18 Votes am 18. Juli 2019 das fünfte Mal wir in 4 Reminders das letzte Mal im Shop vor 25 Tagen dann sind wir bei Fuß Finesse Fancy Feat für 500 Biwax mega geiles Teil richtig richtig geiler Emote zum abrocken hier so da haben wir 4,24 von 5 bei 25 Votes am 3. September 2018 das erste Mal drin gewesen das neunte Mal jetzt 62 Reminders setze mal im Shop vor 26 Tagen weiter geht's mit der Sternenbotin auch hierzu haben wir ein Gameplay oben rechts ist verlinkt für 1200 Biwax die Lady sieht hier schlechter aus als es tatsächlich dann in game ist könnt ihr euch davon überzeugen so Starly hat hier folgendes Voting 2,47 von 5 bei 17 Votes am 10. Oktober 2019 das erste Mal drin gewesen ist das dritte Mal 27 Reminders New Aurora kommen wir auch schon zu den Featured Items den vorgestellten Gegenständen da sind wir dann hier als allererstes mal bei der Enigma Lackierung für 500 Biwax ich finde die sieht schon ganz cool aus aber die Farben sind nicht meins so da haben wir hier 4,28 von 5 bei 23 Votes am 10. Mai 2019 das dritte Mal jetzt 39 Reminders weiter geht's mit dem Enigma oder Krypto für 1200 Biwax und das geile an dem Teil ist hier hinten dieses Backpack das ist für mich super einzigartig und das ist was ganz besonderes diese Wirbelsäule diese holographische Wirbelsäule hammergeil nur alleine wegen dem Ding würde ich mir den kaufen so und da hätten wir hier momentan 3,3 von 5 bei 37 Votes am 10. Mai 2019 das erste Mal drin ist das achte Mal 4 und äh 51 Reminders das letzte Mal im Shop vor 31 Tagen ja ich sag's mal so ich liebe aber mein mein Backpack mit meinem Lebkuchenmann hinten drin passt übrigens ganz gut zu Weihnachten Sternenschlag für 800 Biwax mega geiles Teil und Starstrike hat hier folgendes Voting wir haben 3,4455 bei 9 Votes am 25. August 2019 das erste Mal drin gewesen das fünfte Mal 8 Reminders das letzte Mal im Shop vor 30 Tagen da war wahrscheinlich das komplette Set drin so sieht's nämlich aus ewiger Nullpunkt auch das hier macht einen ein klein wenig wuschig würde ich mal sagen von 500 Biwax also das ist geil ist geil aber macht mich mehr Schucke so da habe ich Augen auf oh Jesus so 4,33 von 5 bei 24 Votes am 25. August 2019 das erste Mal drin ist das sechste Mal 26 Reminders dann sind wir hier bei der Unendlichkeit oben rechts in der Ecke ein Gameplay verlinkt soweit ich mich erinnern kann war das der war das nicht diese geile dieses Gameplay der Mac Killer 1500 Biwax mega cool also auf jeden Fall ein mega geiler mega geiler Skin 4,37 von 5 bei 35 Votes am 25. August 2019 das erste Mal drin ist das fünfte Mal 28 Reminders dann kommen wir zu der Anarchie Hacke oder Anarchie Hacke für Achtung der Biwax und Totenschädel dran ja ich finde die ist gar nicht so schlecht ist okay 3,08 von 5 bei 38 Votes am 25. März 2018 das mal drin wäre das 13 normal 15 Reminders und das Teil ist jetzt schon länger nicht mehr im Shop gewesen vor 120 Tagen das letzte Mal am 8. August so dann geht es weiter mit dem Stage Dive normaler Standardgleiter aber mit Nieten hier rechts dran und da oben ist so ein kleines Gitternetz das unterscheidet den schon von den normalen Standardgleiter das ist eigentlich gar nicht so schlecht aber ist okay für 800 Bugs das Teil wir folgen das Voting 2,74 von 5 bei 27 Votes 25. März 2018 das erste Mal drin gewesen das 21. Mal 8 Reminders und auch vor 120 Tagen das letzte Mal im Shop so dann haben wir den Power Chord da hier unsere Rocker Freiheitsstatue Headbanks Set für 2000 V-Bucks die Lady ist cool also ich finde den Skin ganz cool und hier haben wir folgendes Voting ach das ist schon eingeblendet das war jetzt nicht so geplant also hier so sieht die Lady aus gucken wir nochmal ganz kurz die Strese noch einmal nach rechts und noch einmal nach links da hinten die Gitarre ist auch cool so sieht die Freiheitsstatue aus jetzt mal das Ding wieder rein Voting 3,84 von 5 bei 214 Votes am 25. März 2018 das Mal drin gewesen das 13 Mal 257 Reminders so und jetzt kommen wir zu dem neuen zu dem neuen Skin von heute so bin ich mal gespannt jetzt gucken wir uns jetzt mal genauer an das Bärchen die Bärchen sind wieder da guck mal habe ich ein Pinguin jetzt drauf hat er da oben hat er der Piercings sind das sind das Piercings oben im Augenlid drin oder was das ist ja crazy sieht eigentlich ganz cool aus das Teil soll ich mal gucken wenn ich den jetzt das geht nicht mehr so und das hier ist ein bisschen irritierend seht ihr da oben da dieses komische das komische Kreuzsauern drauf da hat der Schnee der hat Schnee auf dem Kopf ne Schnee auf dem Kopf und da oben rechts und links was hat er denn da der hat einen Fisch in unserem holographischen Eisblock drin und da hinten ist eine Raute ein Hashtag Hashtag Polara ein reaktiver ein reaktiver Skin das ist natürlich jetzt die Frage der reaktiv macht der also obendrauf sieht man hier oben drauf so 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 Schnee ne weil wenn hier auch ist da ist auch Schnee hier drauf ich finde die auf jeden Fall ziemlich cool ja ich bin zwar nicht so der Fan von den Bärchen aber das ist echt cool und Polara kriegt von mir auf jeden Fall 9 von 10 und da hätten wir momentan folgendes Voting bei der Polara 4,67 von 5 bei 3 Votes 26 Reminders jetzt schon und ja da würde ich mal sagen bewerben wir mal den aktuellen Shop von heute so wo sind wir denn also auf der rechten Seite Fuß Finesse ist cool Skorpion ja die Lackierungen ganz cool und Endlichkeit geil Polara geil ja Power Chord Enigma bin ich jetzt auch nicht so gefällt mir halt das Backpack da diese Wirbelsäulen ging da ganz gut Sternbotin Jazz Hände ist auch ewig nicht mehr drin gewesen aber näher also ich würde mal folgendes sagen ich bin hier tatsächlich momentan so bei love it kann ich nicht geben ich bin bei einem es habe ich gar nicht eingeblendet so hier da haben wir 703 nach schlopitz 985 schlitz meh und 2511 haters ja wenn euch das heutige video gefallen hat dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da benutzt unseren creator code sofort du gleich steht tv und abonniert den Kanal und ciao das nächste Mal wieder wir haben uns wieder auf Fortnite Daily eingellis und jetzt te pulse wir gehen wir 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 wir